Wir nähern uns gerade im großen Schritt einer großen Eintragungswoche zu relevanten Volksbegehren in unserem Land. Etwa ein Nein zur Obergrenze bei Bargeldzahlungen. Es geht auch über Österreichs Neutralität und um eine unabhängige Justiz. Es sind aber auch Abstimmungen geplant zu sehr, sehr viele spannende Themen. All das werden wir jetzt ein bisschen durchforsten und analysieren und zwar mit dem Mitinitiator all dieser Themen, mit Werner Pollig von der Initiative Gemeinsam Entscheiden. Vielen Dank fürs Kommen. Ja, schönen guten Tag. Danke für die Einladung ins Studio. Herr Pollig, beginnen wir einmal ganz grundsätzlich. Einerseits gibt es Volksbegehren und dann gibt es diese sogenannten Abstimmungen. Wir hatten ja in der Vergangenheit schon einige Interviews zu sehr, sehr prekären Themen eigentlich. Aber einmal bevor wir jetzt mit den neuen Themen beginnen, was ist der Unterschied zwischen einem eigentlichen Volksbegehren und einer Abstimmung? Gerne. Technisch ist eine Volksbegehren-Abstimmung nichts anderes wie eine Kombination von zwei eigenständigen Volksbegehren, wobei historisch gesehen Volksbegehren in den letzten Jahrzehnten immer dazu benutzt wurden, um eine brennende Frage ein Thema zu bringen und dann eben Unterschriften dafür zu sammeln. Und wir haben aber festgestellt, dass die Regierung immer sagt, ja da haben 300.000, 500.000, eine Million Menschen unterschrieben, was sehr viel ist, aber wir haben sechs Millionen Wahlberechtigte und das ist also keine repräsentative Entscheidung oder Mehrheit. Und wir von der IGE haben vor vier Jahren erstmalig in Österreich begonnen, zwei Volksbegehren zu kombinieren und wir stellen zum gleichen Thema, dort wo es passend ist und meistens passt es auch, eine Ja- oder Nein-Frage. Also beste Beispiele waren die Raucherabstimmung, wo wir Ja oder Nein gefragt haben. Die Impfabstimmung, wo wir die Impfpflicht abgefragt haben, wo die Bevölkerung Ja oder Nein sagen konnte. Und das ist sehr repräsentativ, weil wir eben beide Seiten abfragen. Das heißt, man kann nicht sagen, die einen haben unterschrieben, aber alle anderen haben nicht unterschrieben, weil man entscheidet entweder für Ja oder für Nein und damit haben wir quasi nachgefragt. Oder man geht nicht hin. Oder man geht nicht hin, ja. Ja, ein Volksbegehren, das jetzt in Bälde beginnt, die Eintragungswoche startet jetzt am Montag übernächster Woche bereits. Das wäre ein Nein zu einer künftigen Obergrenze bei Bargeldzahlungen. Das haben Sie jetzt in den Fokus all diese Initiativen gesetzt. Wieso ist denn das so wichtig grundsätzlich? Wir sehen den Erhalt des Bargeldes und jetzt einmal den Erhalt einer unlimitierten Bargeldnutzung so wichtig, weil ganz sicher der nächste oder die nächsten Schritte sukzessive die komplette Abschaffung von Bargeld sind. Das heißt, die Vermutung kann ich mit ziemlicher Gewissheit hier verkünden, dass das Bargeld seitens der staatlichen Stellen immer mehr abgeschafft werden soll, damit eben der gläserne Mensch auch hinsichtlich seiner finanziellen Bewegungen völlig durchsichtig ist. Und daher sagen wir, während den Anfängen, wie es so schön heißt, auch eine Bargeld-Obergrenze soll nicht kommen, weil der nächste Schritt ist dann, dass die Bargeld-Obergrenze von angedachten 10, 15 oder in heute war jetzt vor einer Woche ein Bericht, dass das EU-Parlament sogar auf 7.500 Euro die Bargeldzahlungsgrenze herabsetzen will. Ja und in fünf Jahren spätestens können wir nur mehr 50 Euro Bargeld zahlen. Also Sie meinen, diese Initiative wäre auch so eine Art Bewahrungsversuch des Bargelds, wie es in der jetzigen Form gegeben ist. Eine Obergrenze ist natürlich ein Limit, keine Frage, aber es gibt das Bargeld noch und Sie meinen ja, das soll mittelfristig abgeschafft werden. Ja sicher. Also die Tendenzen, und da können Sie internationale Analysen anschauen, geht dahin, dass wir in 20 Jahren völlig bargeldlos zahlen, dass alles über die Bankomatkorten, über Paypal, über sonstige Zahlungsdienstleister geht, aber der Bürger hat letztlich keinen Cent mehr, Bargeld einstecken. Und es ist jeder Cent nachverfolgbar, was der Bürger damit tut. Und dann können Sie Konsumverhalten abfragen, dann können Sie schauen, in welche Restaurants geht der Kunde essen, welche Produkte kauft er, wo geht er einkaufen. Also Dinge, die jetzt schon auf andere Art und Weise versucht werden, werden dann ja noch leichter. Gut, also ein Volksbegehren über die Frage, soll es eine Obergrenze bei Bargeldzahlungen geben, noch so eine relativ niedrige, wie Sie sagen, vielleicht 7.500 Euro, das kann ja relativ bald der Fall dann sein. Ja, ein anderes Volksbegehren wäre eines über eine sogenannte unabhängige Justiz, die solle gesichert werden. Das ist natürlich eine politische Geschichte auch. Absolut, ja. Würden jetzt die Regierungskoalitionsvertreter da sein, zum Beispiel die Justizministerin, die würde sagen, naja, die Justiz ist sowieso bei uns absolut außen vor und unabhängig. Ja, schöne Worte wohl verklungen. Wir gehen davon aus, dass wir auch in Österreich ständig darum kämpfen müssen, und damit meine ich die Bevölkerung, dass unsere Justiz weiterhin unabhängig bleibt oder wieder unabhängiger wird. Also bereits vor Jahren wurde ein völlig falscher Schritt gesetzt, indem die Untersuchungsrichter abgeschafft wurden. Und der Untersuchungsrichter war aber eine unabhängige und wesentliche Stelle im Justizsystem, um eben auch zu verhindern, dass Menschen ungerechtfertigt in Haft kommen, beziehungsweise eben hat der Untersuchungsrichter auch Dinge aufbereitet. Also wir fordern unter anderem die sofortige Wiedereinführung des unabhängigen Amtes des Untersuchungsrichters. Und ja, wer regelmäßig Fernsehschaut weiß, dass gerade in Israel eine riesige Debatte um die Justizfreiheit war. Es scheint jetzt so, dass das Volk sich momentan einmal halbwegs behaupten konnte. Also die Justizreform, die sehr nachteilig gewesen wäre, in Israel ist jetzt mit der Kraft des Volkes und der Stimme des Volkes unterbrochen worden und hoffentlich wird die auch endgültig auf Eis gelegt. Und ich sage, wir müssen in Österreich darauf achten, dass hier nicht schleichend das, was in Israel jetzt sehr schlagartig hätte passieren sollen, dass da in Österreich jetzt nicht schleichend unser Justizsystem ausgehöhlt wird. Gut, es soll also eine Sicherung der unabhängigen Justiz stattfinden, eben eine andere Volksbefragung. Und dann gibt es eben zahlreiche Abstimmungen, die jetzt ins Hause stehen. Wir haben eh schon gesagt, da kann man mit Ja oder Nein bei zwei eigentlich gegenläufigen, aber das gleiche Thema behandelnden Abstimmungen dann antworten. Zum Beispiel über einen möglichen EU-Austritt Österreichs. Das kann man mit Ja oder Nein beantworten, ist ein knaller Thema. Kann man jetzt noch nicht, sondern in etwa 14 Tagen. Also wir haben jetzt erst diese beiden Volksbegehren in Kombination, nennen wir sie eben Volksbegehren Abstimmung, wo man entweder unterschreiben kann, dass wir bei der EU bleiben oder man kann unterschreiben, dass man bei der EU die Mitgliedschaft aufkündigt. Und wir sind selbst sehr, sehr gespannt, wie hier das Stimmungsbild ist. Und man kann davon ausgehen, dass das Ergebnis dieser Volksbegehren Abstimmung ein extrem genaues Bild der Stimmungslage zeichnet. Weil man schon sagt, wenn etwa 1.000 Österreicherinnen und Österreicher von einem Marketinginstitut befragt werden, hat das eine Schwankungsbreite von ein paar Prozent. Wenn jetzt 100.000 Menschen diese beiden Volksbegehren unterschreiben, können wir mit weniger als einem Prozent Genauigkeit der Regierung sagen, wie denkt die Österreicherin oder der Österreicher über die EU? Gut, keine Frage. Da wird ein Ergebnis rauskommen, über das Medialwohl sicher auch berichtet werden wird. Ein möglicher EU-Austritt Österreichs, der Öxit sozusagen ist ein Riesending. Aber welche konkrete Konsequenz kann denn das haben? Glauben Sie tatsächlich, dass die Bundesregierung sagt, ja, da haben wir jetzt 200.000 mit Ja hingeschrieben und 350.000 mit Nein. Jetzt machen wir das deswegen? Der zweite Schritt wäre ja, dass die Regierung zumindestens dann eine amtliche Volksabstimmung macht, so wie das beim EU-Beitritt ja auch war. Das heißt, wir sehen unsere Aktivität als Vorstufe eines oder Startschuss für ein Prozedere, wo man einfach nach fast 30 Jahren EU-Mitgliedschaft wieder mal nachdenkt, wollen wir dabei bleiben oder nicht. Und ich sage, es könnte ja auch einen Seiteneffekt haben, wenn die Abstimmung sehr knapp ist, könnte es auch dazu führen, dass die Regierung Maßnahmen setzt, dass uns Österreichern die EU wieder besser gefällt. Es gäbe da schon Handlungsspielraum. Man muss ja nicht zu allem, was aus Brüssel kommt, Ja und Amen sagen und man kann sehr konstruktiv in den Prozess einbringen. Also wir als unter Anführungszeichen Veranstalter dieser Abstimmung wollen doch gar nicht eingreifen und die Bevölkerung auch gar nicht in eine oder die andere Richtung treiben. Wir wollen es wissen. Gut, alleine natürlich, dass man solche Themen auf der Agenda sitzt, natürlich greift man da quasi auch in eine Art vorpolitische Debatte ein. Man kennt das Ergebnis natürlich vorweg noch nicht, aber da sind schon große Themen. Etwa auch das andere, die Abstimmung über eine GIS-Gebühr. Da muss man sagen, diese Frage ist ja politisch bis zu einem gewissen Grad jetzt schon entschieden worden. Es wird die Haushaltsabgabe kommen, teils unter Verzicht von Länderabgaben. Da gibt es einen Beschluss, der ORF unterwirft sich dieser eben auch. Ist die Abstimmung dann überhaupt noch nötig, wenn da jetzt schon eine politische Lösung konkret am Tisch liegt? Erstens können wir mit Freude sagen, dass wir etwas tun, hat auch etwas gebracht. Weil von alleine hätte die Regierung ja gar nicht darüber nachgedacht. Wenn es keine Impulse von außen gibt, dann passiert auch meistens nichts im Regierungsbereich. Wir finden es dennoch etwas, ja wie soll ich sagen, irritierend, dass man halt statt GIS jetzt Haushaltsabgabe sagt, aber zahlen müssen wir trotzdem. Und ich sage jetzt einmal, wir sitzen da bei Krone TV, wir haben ein Licht im Studio. Ja, warum kann der ORF sich nicht selbst finanzieren? Weil er macht ja schließlich auch Werbung. Also der ORF macht Werbung, der ORF hat Studios so wie Krone TV. Ja, warum müssen wir Bürger den ORF füttern, damit er letztlich über die Themen, die Österreich berühren und tatsächlich Volksbegehren dazu, gar nicht berichtet. Das ist richtig, ja. Weil der ORF hat uns schon jahrelang nicht eingeladen. Wir schicken dem ORF regelmäßig Presseaussendungen, wir telefonieren mit den Leuten im ORF und sie lassen uns durch die Blume anklingen. Das interessiert die Regierung nicht, also dürfen wir nicht darüber berichten. Das ist peinlich. Es sind dafür, dass die Österreicher zahlen, dass sie das vorgesetzt kriegen, was die Regierung sich wünscht. Also wo sind wir? Wo sind wir, sage ich da? Es sind immerhin schlanke 700 Millionen Euro, die aus der GIS-Gebühr in etwa jetzt entrichtet werden. In Zukunft über die Haushaltsabgabe werden sogar mehr Personen betroffen sein, wegen dem Verfassungsgerichtshofsurteil. Also ein großes Thema, keine Frage. Ja, was würden Sie machen mit 700 Millionen, Herr Koller? Ja, wir haben eh schon Studios, aber es würde das ein oder andere sich noch ganz gut dazu ergänzen. Da hätten wir Champagner am Tisch stehen heute. Ja, wenn wir wollen würden. Aber was schon auch auffällt, das sind ja alles im Prinzip auch politische Fragen, die Sie da sozusagen aufs Tableau bringen. Jetzt könnte man sagen, das ist ja fast schon wie so eine Art Inhaltsprogramm einer politischen Partei, die wahlwerbend auftritt, weil Sie haben ja viele heikle Themen. Sie trauen sich das, wir haben ja auch schon über Don't Smoke und so weiter berichtet. Wir haben über die Impfpflicht berichtet. Das sind ja alles Polit-Themen gewesen, die Sie darauf auch sagen. Ist das im Prinzip auch schon eine Art Mini-Kandidatur eines Politprogramms? Nein, das schließen wir aus. Wir haben uns schon vor mehreren Jahren, als die Initiative gemeinsam entscheiden gegründet wurde, auf die direkte Demokratie verlegt. Wir haben uns verschiedene Vorbilder international angeschaut, die Schweiz oder auch die nordischen Länder, wo die direkte Demokratie wesentlich spannender ist. Schauen Sie, das Thema mit der direkten Demokratie ist immer, die Opposition fordert mehr direkte Demokratie. Sobald die Opposition in der Regierung ist, ist das Thema direkte Demokratie nicht mehr existent. Weil da sitzen wir jetzt im Sattel und da wollen wir überhaupt nicht, dass das Volk mitredet. Also ich verstehe überhaupt nicht, warum die Regierung nicht schlauer ist, wesentlich schlauer ist und sich die 70, 80 Volksbegehren anschaut, das Ergebnis dieser Volksbegehren anschaut und daraus könnten sie eine positive politische Agenda machen. Weil wenn Volksbegehren erfolgreich sind, dann hat das ja auch einen Sinn, dann steht ja sozusagen ein Interesse des Volkes dahinter. Aber das heißt, Sie werden es, was immer auch rauskommt bei den vielen Volksbefragungen, auch Abstimmungen politisch nicht selbst ausnutzen? Nein, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir stellen der Bevölkerung diese Instrumente zur Verfügung. Wir sind damit auch nicht alleine. Es gibt auch andere Indiziatoren von Volksbegehren. Ich finde es aber sehr positiv, dass die Volksbegehren seit einigen Jahren jetzt massiv zugenommen haben. Stimmt, ja. Und ich muss Ihnen auch sagen, die Volksbegehren haben Recht. Schauen Sie sich das Beispiel Impfabstimmung an. Wir haben vor zwei Jahren die Frage gestellt, soll die Impfpflicht kommen, ja oder nein? Nein, 80 Prozent der Österreicher haben gesagt, nein. Die Regierung bitte, lauter gescheite Leute, braucht zwei Jahre, um heute zum Schluss zu kommen, die Entscheidung war falsch. Vor zwei Jahren haben 80 Prozent der Bürger, das schon gesagt ist, ich verstehe nicht, warum eine Regierung gegen ihr eigenes Volk regiert. Wir haben eh öfters darüber berichtet, auch im Zuge der Impfpflicht, Ja- oder Nein-Abstimmung. Es war durchaus prekär. Manche bringen das ja ein bisschen in die Idee einer FPÖ-Position. Etliche dieser Themen, zum Beispiel auch über die Abstimmung über die Neutralität Österreichs, die wir jetzt noch nicht wirklich besprochen haben, da reicht die Zeit jetzt auch nicht. Aber auch das sind Positionen, wie sich Herbert Kickl ähnlich vorbringen würde, wie das erwartbare Ergebnis, was bei vielen dieser Abstimmungen rauskommt. Also es ist durchaus denkbar, dass sich viele Themen eher, sage ich, mit den Forderungen von Kickl decken, wie mit den Forderungen von Nehammer oder der Frau, wie heißt sie, die Rendi-Wagner, wird man bald vergessen haben. Wir haben aber auch im Portfolio ein Volksbegehren, das nennt sich Bruno Kreisky, Neutralitätsvolksbegehren. Also das ist, glaube ich, ein klares Handzeichen an die vernünftigen SPÖler, die auch noch Bruno Kreisky kannten, der dazu mal schon sagte, Lernensgeschichte. Keine Frage. Also der Spruch wird bekannt sein. Ich war dabei bei diesen Aussagen, ja. Und in diesem Volksbegehren stellen wir keine Kicklforderung auf, also das kann ich ausschließen. In dem Volksbegehren, das man jetzt auch unterschreiben kann, ist noch in der Einleitungsphase, ist noch ein relativ frisches, dieses Bruno Kreisky-Volksbegehren fordert, dass sich Österreich auf die historische Rolle als Vermittlungsplatz der Welt, bitte, ich kann mich an meine Jugend erinnern, da war Wien noch was, da sind die internationalen Diplomaten, die Regierungschefs, die OPEC ist noch immer da, aber Kreisky hat Gott und die Welt eingeladen und wir haben hier Frieden gestiftet. Ja, dort bitte müssen wir wieder hin. Keine Frage, ist auch eine Position, die natürlich aber auch durchaus die FPÖ so sagt, die Vermittlung zwischen auch kriegsführenden und angegriffenen Ländern, aber wie auch immer. Das behaupten alle, dass wir das wollen. Die viel zitierte Eintragungswoche, wo all diese Volksbegehren oder die Abstimmungen dann aufliegen, die läuft von 17. bis 24. April, das ist am kommenden Montag eine Woche danach, sozusagen eben bewusst nach dem Ostermontag eine weitere Woche. Und wie geht es dann weiter? Also da geht man mal hin, das wird unterschrieben. Und Sie ziehen dann Bilanz und veröffentlichen die Ergebnisse. Also Bilanz zieht das Innenministerium, die Wahlbehörde. Ein Volksbegehren ist eine amtliche Abstimmung. Das heißt, am Ende dieser Eintragungswoche gibt es dann am Montag, den 24. um 20 Uhr am Abend, die Veröffentlichung des Ergebnisses, wo der Innenminister verkündet, welches der Volksbegehren die in dieser Eintragungswoche waren, wie viele Stimmen bekommen hat. Und wenn ein Volksbegehren oder in unserem Fall eine Seite Ja oder Nein über die 100.000 Unterschriften gekommen ist, dann wird dieses Volksbegehren ans Parlament überwiesen. Das möchte ich jetzt noch ganz kurz ergänzen am Schluss. Das ist ja immer wieder die Konsequenz, eine verpflichtende parlamentarische Behandlung unter Anführungszeichen. Das kann dann aber auch nur in einem Ausschuss oder in einem Unterausschuss sein. Blicken wir zurück auf die vergangenen Erfolge, da waren ja etliche dabei, die teils weit über 100.000 Unterschriften gekommen sind. Gab es wirklich eine ganz konkrete Konsequenz, wo Sie sagen, das, was die Leute bei uns unterschrieben haben, ist dann konkret auch so gekommen? Naja, das beste Beispiel ist die Impfpflicht. Hier ist es noch ein paar Wochen, nachdem wir im Parlament waren, tatsächlich abgeschafft worden. Jetzt behaupten wir nicht, dass wir der einzige Auslöser dieser letztlich guten Entscheidung der Regierung waren. Aber die Aktivitäten, und es gab ja mehrere Volksbegehren, es gab Demonstrationen, also all diese Aktivitäten des Volkes und das Agieren der direkten Demokratie hat bestimmt zum Umdenken der Regierung stark beigetragen. Und so sehe ich den Sinn jedes Volksbegehrens. Wir tragen zur politischen Diskussion bei und wir versuchen Umdenkprozesse einzuleiten. Der 17. bis 24. April, Zeit, eine Woche lang, um sich einzutragen, mit Ja oder Nein zu stimmen oder einfach bei Volksbegehren mit zu unterschreiben. Werner Polleck, viel steht der Programm in den nächsten Tagen, wir werden darüber berichten. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke herzlich noch einmal für die Einladung. Boom, 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 boom.